Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal FrukiPlays und ja, Freunde, ich sehe aus wie ein Penner, ich muss mal wieder zum Friseur und noch viele andere Dinge tun aber davon müssen wir hier erstmal unsere 82 Plus Picks aufmachen die sind gekommen inklusive mit den 81 Plus Picks neulich am ersten Tag habe ich 181 Plus Picks geöffnet im Stream und 30 82 Plus Picks also kommt gerne in die Streams, Link ganz oben in der Videobeschreibung ansonsten lasst jetzt für das Video ein Like und ein Abo da und wir gehen jetzt erstmal live, das hat der Stream nicht gesehen in die Picks gemeinsam rein, die jetzt gerade um 19 Uhr nochmal gekommen sind kurze Info vorweg, Freunde, morgen kommt ein Vlog online, nicht wundern mein leiblicher Bruder ist bei Icon5 dabei und wir werden da so einen coolen Vlog drehen, könnt ihr gerne auch morgen abchecken so, wir gehen rein oh, Stones Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo da um nichts mehr hier zu verpassen 70% der Leute sind keine Abonnenten, Freunde die dieses Video hier sehen, habe ich gesehen in meinen Analysen aber wir machen weiter und Freunde, diese Picks, Picks, was auch immer, wie ihr sie nennen wollt ich weiß nicht, was mit denen los ist aber die sind irgendwie nicht so was ist das? Was ist das? was ist hier los, Zielinski, Zielinski, Zielinski ey Romero was ist das? Chat das ist ein garantiertes 83 oh, Testing, okay, nehm ich mit ich habe so viele High-Rates, ne Freitagabend kommt das Icon-Pack, Leute ich bin Samstag morgens live, ihr wisst da werden wir auch richtig geil diese Packs öffnen jo, ich nehme die ganzen High-Rates jetzt einfach mal mit ich kann einfach bis Samstag keine Packs mehr öffnen, geil jo, perfekt ich habe anscheinend schon den ganzen Verein, ist voll ja, nice nice, 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 nice wir gehen jetzt rüber auf den anderen Account mit den nächsten 10 Picks ich bin ein warsch-echter Schwitzer denn ich war nie ein Zocker ich wollte nie einer sein ich habe eine harte Schale, hier wird nie einer weinen boah, ich habe heute mein Bett nochmal neu bezogen und ich werde gleich so richtig geil duschen und bestanden, es geht nicht besser ich meine es wirklich ernst, es gibt nichts Besseres und ich weiß, an was ihr denkt wir machen weiter 82 plus Pick, zweiter Account wir gehen rein und ziehen Trent Alexander-Arnold den ich auch direkt mitnehme und auch hier muss ich Chua Mini mitnehmen und Disneys große Pause war mal eine gute Serie habe ich früher sehr gerne geschaut und Filmo habe ich auch geschaut und Lukaku okay, 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 okay und der nächste also Freunde, kann man hier noch Icons ziehen? also geht das? sind die noch in den Picks drin? wenn wir mal gefragt haben also jeder zieht Icons wo sind meine Icons? die Heroes Icons die existieren alle nicht mehr das ist ein Scam das ist wirklich Scam man wird verarscht bringt alles nichts, Freunde hilft nichts ja, nehme ich mit High Rated jo, Freunde das war es jetzt mit dem Video was ich jetzt aufgenommen habe jetzt seht ihr die Sachen was wir im Stream gezogen haben ich spoiler schon mal wir haben ein Icon gezogen ein Hero gezogen also gerne abchecken wir gehen rein, würde ich sagen let's go erster Pick nein bei mir geht es genauso los wie bei Feuervogel das war es mit mir Zapata ey ey hallo nicht mit mir ich habe es mit Feuervogel gemacht nicht mit mir ey, die Picks sind Scam, Leute 100% wow fertig so, wir machen weiter let's go aha noch ein Lukaku oh drei Walkouts nacheinander ach, schade ich glaube, das war es jetzt noch mit den Walkouts auf der Seite so, Freunde ich glaube, das war es wirklich mit den Walkouts jo Kovacic noch mal hinterher ja Sergi Darder okay, okay ja gut drei Walkouts aus zwölf Picks W oder L W ich würde sagen W wir gehen rein let's go 84er Hakimi ey, man nimmt gutes Futter mit bei diesen Picks man nimmt gutes Futter mit let's go mehrtens okay yeah da ich später sehen, bro dass du ein paar Sachen ziehst bin ich mal gespannt weiter geht's Bonu okay, man zieht 84er zumindest kann sein, man braucht irgendwann eine 84er SBC ja, Fabian ach, die Wette ist wieder auf Jahr gegangen ich habe schon gehört im letzten Epo-Video soll ich ehrenlos gemacht worden sein aber ganz ehrlich wenn ihr Spaß daran habt macht, macht komm von TikTok geil Renegade Renegade wir sind Deutschrap heavyweight das SPA war cool mit wem oh, Theo Hernandez mach einfach mal ein Abo dalässt dann kommt eine Animation kommt doch auch Donnarumma mit einem Sub äh, mit einem ja, Freunde Hero oder Icon wird schwer bin ich ehrlich sehr, 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 sehr schwer wenn jeder also Rating so 84 hat man viel bekommen das ist ein garantiertes 84er Pack nein, also ich glaube wirklich 84er dein Pack lang ist von einer anderen Welt ach, Digga ja, chill, chill ich komme zum Tots zurück ich werde zum Tots zurückkommen Ruben, dir ist auch gut guck mal, ne was hast du für Picks ey, 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 ey diese Picks ist schlechter hart okay, okay, okay 88er Info hat nochmal ein bisschen was geholt 86er Thiago ist auch nochmal nicht verkehrt Modric 1, 2, 3 Workouts ist gut aus 10 Picks kann man machen akzeptable Nummer so, wir gehen rein erster Pick Roberto Firmino ich schwöre, direkt ein Walkout ich schwöre, die 88-Bus-Picks sind besser gefühlt also es macht keinen krassen Unterschied aha, und direkt schon wieder in Form ja, Laporte man nimmt die Walkouts ja, guten Morgen Angel Di Maria guck mal, ne wie kann man aus 3, 81 in 2 Picks 3 mal 81er weiter geht's ey ich wollte schon sagen, ne wir gehen rein 1, 8 Plus-Pick es ist wirklich schwierig was Gutes zu ziehen Ober, Oberme Oberme Young aha, Foden weiter geht's weiter geht's weiter geht's und Andy und Mount gehen rein 1, 8 Plus-Pick aha Haaland das ist ein Zeichen okay, ich ändere meine Meinung Haaland wird dort 2 Tore schießen das war 100 Pro ein Zeichen ganz Evacus einfach in den Picks Halla Sterling wir machen weiter 200 Plus-Pick aha, Trend ey, ich hab glaube ich ein ganzes Icon-Pick bekommen durch diese Dings durch diese Picks das war gut das war schlau schlaue Investition also ich find die Picks weder geisteskrank gut noch geisteskrank schlecht ich find das ist ne Mitte wieder trennen so, wir gehen rein dass die Leute das gleiche Wort immer nutzen guck mal das sind schon zwei das mein ich nie im Leben hätte ich auf irgendeinem anderen Account schon direkt zwei Walkouts gehabt so, weiter geht's guck mal vierter Walkout einfach Benni nein, nein, nein Benni moin guter Streamer moin guten Morgen Tramix freu mich dass dir gefällt bist du der von Epo heide sie dann ziehen jetzt aber stellt euch mal vor einfach, dass die dann kommt um die Ecke so, er sagt so kurz hallo was geht jetzt bei den Picks was meinst du, Benni also bei den Picks geht gerade wenig fliegt wenig muss ich sagen doch nicht guck mal wen wir gezogen haben hey, auf dem dritte Kon auch noch weh Karelos Soler 20-0 Gold auf Lock mit Backcam und bei dir oh, das ist stark die gönnen jetzt wirklich nichts mehr die haben mich jetzt schnuppern lassen warum sind die so wir gehen rein 200 plus Browsovic ab Ferdinand ausgezogen stark ich hab Lahm gezogen guck mal da ist schon mal der 88er ihr seid Idioten ich sag's euch wie es ist da muss nur noch in Inform kommen und der wird 100% kommen aha, noch ein 88er weiter geht's mit nächsten 28 plus Pick ey, wenn da jetzt kein Inform kommt habt ihr echt Glück ne, in eurem Leben aber das kann gar nicht sein, dass da keiner kommt Inform war am ersten Pick oh oh und da ist noch einer ich hab's euch gesagt geht doch wieder schon wieder 88er Digga, was ist das für ein Rating was ich hier gezogen hab ne, vielen Dank wir gehen rein ich hab keine Coins es hat sich gelohnt und deswegen muss man manchmal dumm sein im Leben mal wieder ein Zeichen dass das Risiko sich lohnt PSG ist kein Maßstab ich glaub wirklich Philipp Lahm Freunde, meine Freunde Philipp Lahm gezogen auf entspannt ich hab jetzt auf allen Accounts Philipp Lahm gezogen gefühlt einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein denn der Glaube an mich selbst wird mein Weg weiser sein all die